Moin, hallo und herzlich willkommen, Mats wieder am Start und wir sind wieder mit unserer Setup Verkleidung unterwegs. Schrotflinte auch dabei, wunderbar. Und hoffen, dass wir endlich mal unsere acht fehlenden PMCs noch erschießen können. So, mein Stuhl senkt sich auch gerade wieder ab. Ich guck trotzdem jedes Mal her. Ich weiß, es ist ein Ammenmärchen, dass hier immer USB-Sticks liegen. Ich brauche die eigentlich auch gar nicht mehr. Aber ich guck halt immer nochmal hierher. Warum auch immer. Es ist völliger Irrsinn. Macht keinen Sinn. So. Dann wollen wir uns mal ins Kümmel stürzen. Was? Sind die da drüben oder was? Aber ich habe heute das erste Mal mit Blei. Mehr als nur eine PMC-Gruppe getroffen, sozusagen. Wir waren auf Shoreline. Unten am Pier haben wir die ersten erschossen. Dann waren wir noch oben an der Wetterstation. Da gab es die nächste Ballerei. Dann wollten wir eigentlich noch ins Ressort. Waren auch schon kurz davor. Haben schon die PMCs lagern gehört. Aber sind dann aus Zeitgründen, weil die Schießerei hätte uns zeittechnisch das Kling gebrochen. Sind wir wieder umgekehrt. Und dann raus. Ich habe jetzt meine Schlüsselanle nicht mit. Aus dem einfachen Grund, weil ich hier unten Munition drin habe. Hier ist also niemand. Vielleicht ein Kreier. rein mit dir, du blöderer Hund. Das ist meine Qual. Jetzt steht er da und schnauft nach Luft. Ja, warum hat du blieb? sind die da drüben oder was ich drehe hier noch durch ich mich erschrocken die sind über mir das ist die 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 Da muss ich wohl verpissen. Da muss ich wohl verpissen. Das war's für heute. Vielen Dank. Wo ist mein Magazin? Wo ist mein Magazin? Wo ist mein Magazin? Wo ist mein Magazin? Das dürfte ja nur noch Rechale herumvegetieren. Wo ist mein Magazin? Hä? Wo ist der blöde Hund? Abgehauen. Wo ist der blöde Hund? 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 Ich habe den blöde Hund? Ich habe ihn mit einem Dings erschossen. Was ist der blöde Hund? Wo ist der blöde Hund? Wo ist der blöde Hund? Hund? Wo ist der blöde Hund? gewesen. Jetzt habe ich bloß einen erfassen mit der Stortflinde. So ein Ärger. Mann. Scheiße. Wieso kriege ich das denn nicht ab? Hä? Ach ja, hier ist es doch. Oh Mann, das ist jetzt hingepackt. Mann. Jetzt hätten wir schon elf gehabt. Ne. Zehn. Zehn. Da kann das auch nicht. So ein Jammertal. Ja. So. 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 aus dem Staub. Ich komme noch mal rein. Ach, da hätten wir jetzt schon zwölf gehabt. Sozusagen nur noch klein. Das ist fertig gewesen. Ja gut, es wartet ja irgendwann. Es wartet ja dann die nächste Karte auf uns. Wo ist der Hund? Äh? Alter, ein 60er Magazin DT-Munition. Ich meine, gut, ich habe noch ein paar vorbeigerotzt, muss man sagen, aber was ist denn das? Das stand sonst nie hier. Das sieht aus wie so eine Ziehharmonika, so ein Musikinstrument. Was ist denn das? Amore Perkid. Komm her. Komm zu dem. Ähm... Na gut, laufen wir los. Wir sind total überladen. 73 Kübel, also so viel habe ich noch nie gebogen. Oh, hoffentlich ist das Feuer offen, Alter, sonst ist es wirklich... Ich sehe es nicht qualmen. und... und... Oh, nein. Ach, leg mich doch am Arsch. Halt! 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 Bleibst du mal stehen? Bleibst du mal stehen? Crossroads... Crossroads... Crossroads ist ja auch komisch geworden in letzter Zeit. Das sind ja ein halber Meter pro Sekunde. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, das kriegen wir schon hin. Ja, das kriegen wir schon hin. Und jetzt können wir uns jetzt auch hin. Ach, ding... Dissere. 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 Ah, ich hätte mal eigentlich noch ein paar erlegen können, aber ich komme gleich nochmal rein. Bis zum nächsten Mal.